Schade keine Incent-Laterne. Scheiße, hier gibt's keine Laterne. Mit Rain kaufe ich mir immer ne Laterne. Naja, wer du meinst? Das fuhrt mich grad an. Ich warte noch 100 Gold, hahaha. Immer diese hochnäsigen Carries. Wer, ich? Nee, der neben dir. Dieses hässliche Wayne? 67, ade. Ja. Und du? 66. Hahaha. Die Jubeläe ist doch noch. Stirb, bitch. Was sind die ganzen Carries, die den Schaden machen? Äh, die Ash ist noch hinten. Ich weiß nicht was. Nein, die ganze Zeit mach du. Ach, er war doch doch auf uns. Nee, wir sind fünf. Der eine ist nur unsichtbar. Verdammt. Ist aber ein schneller Timo. Ist aber ein schneller Timo. Ist gefailt. Nö, würd ich nicht tun. Indoor-Face ist tot. Äh, darf das alles aufpassen. Ach. Ich hab so viel Life noch. Ich überlebe noch einen dritten Lolkrieg. Kaum. Kann der hast dich hier? So viel können die nicht hängen, wie die wir harassen. Sophie-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop. Chubilo-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop. Genau, trifft die da, wo es schon keinen Sinn mehr hat. Homer-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop-Dop. Oh, komm schon. Wirklich? Oh Mein Gott. Ja. Guck es dir an! Das gibt's doch nicht! Nein! Ich könnte den Double... Ich hab keinen Mana mehr, so ne Scheiße! Deswegen hab ich mir ne Träne gewohlt. Träne! Kauft man sich mit Lux nicht! Warum hab ich 300er Ping? Leute, ich hab den Wirbel nicht mal gesehen. Ich auch nicht. 10 live! Ja! Oh, nice! Ja, unser Fetz ist da. Ja, dann farm mal, Wayne. Tu ich doch. Oh ja, super fit, du bist echt. Du störst mich nicht sonderlich dabei. Nö, würde ich auch nicht tun. Ich wäre ja, dass du den Ball schnell vollkriegst. Perfekt, ich lauf genau rein. Genau, dass ich für meinen Ball doch erstmal weggehen muss, ne? Von mir aus kannst du herkommen. Wirklich? Nein! Ja, taul mit dem Tower schon. Ja, taul mit dem Tower schon. Da hat Fuch. Es sind mal diese Last-Minute-Angebote hier. Ey, das ist doch unglaublich. Jedes Mal lacken die sich durch. Ja, da war ich für den Schritt zu spät. Ja, da war ich für den Schritt zu spät. Ja, da war ich für den Schritt. Ja, da bin ich für den Schritt noch zu spät. Ein Level noch. Alter, warum kriege ich jedes Mal Tower? Tja, weil du zu greedy bist. Ich habe einfach Chars, mit denen ich näher ran muss. Dafür kann ich doch nichts. Ich will auch Long Rage. Ich kann das aber nicht. Komm schon. Bisschen EP noch und ganz viel Mana. Das ist ein AP-Temo, wie geht die geht. Die Pilze werden wehtun. Ach, ich schätze auf die Pilze. Line Shots nerven. Der ist late game so useless. Eiskalt. Also das ist schon bitter, wenn man das im A-Ramp hinkriegt. Haha. Ich seh schon, ich werd schon wieder nicht sterben. Schon wieder, ne? Ja, ein Schild kann sich sonst was stecken. Nein, aber du wirst nicht sterben. Keine Ahnung, ich war die ganze Zeit gestart, ich konnte nicht meinen Skill setzen. Genau, das war gerade eine gute Idee für eine Ulti. Nein, egal. Ich hab so einen weißen Streifen auf dem Bildschirm. Ich hab doch gesagt, du sollst vom PC wegsen. Nee, der weiße Streifen kommt von diesem Licht. Na, sicher. Ja, Licht, Licht ist das Schlimmste, was es hier gibt. Nice one. Boah, das hat Minion Farm. Ich weiß nicht, ob die Minions sich lohnen, das ist besser. Da ist ein Pilz. Jo. Was dran? LoL, der macht mein wenig. Selfcast, ja, ist ja natürlich super. Wenn ich das Ding natürlich auf Selfcast mache, dann ist das klar. Was an die Wand nageln. Wir müssen nageln. Irgendwas, was sich an die Wand nageln lässt. Und was sich halt lohnt, anzutragen. Wirklich? Hm. So was zum Beispiel. Das ist sehr schlecht. Für you, danke für Ulti. Nein, falsche Seite von Trauma. Das Team war so lowlife. Team war lowlife. Und weiss ich. Ich liebe es, wenn's mit einem Plan zusammenkommt. Wie die, die auch jedes Mal noch in die Kugel rein rennen. Ja. Bis ein glücklicher, 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 glücks .. Bild. Und Didris за laга scht. Oh, der war scharf. Da hab ich wieder was an ihm. Oh ja. For real? Ach, die Blind. Es gibt so ein Mistklicks. Dieser scheiß Blind hat mich grad gekillt. Nein, das ist das nicht. Ah, schick. Oh, mitlichen Schuhrand. Töte Timo, Töte Timo. Ist doch tot, oder? Ne, doch, der ist tot. Den habe ich getötet. Gut. Ich hab aber Angst. Der bestimmt auf den Dingern hier. 10 Sekunden bitte Ulti. 10 Sekunden bitte Ulti. 10 Sekunden. Wie viel steckt sich? 7 Mal. Ja, Squishy. Timo ist Squishy. Schön, dass man bei dem unheiligen Graal Mana wieder bekommt. Hm. Wenn du was tötest. Oh, dann bekommst du es, oder? Warte Zeit. Ja. Die beiden. Ja. Ja. Und halt Overtime für Prozente, die dir fehlen. Hahaha. Oh Mann. Hat die Rese schon wieder treffen... Ja, die hat sich schon wieder treffen lassen. Das Nein! Ja, was du nicht sagst. Ey, ich seh die Wirbel die ganze Zeit nicht. Loll! Ich auch nicht. Das ist die Wirbel. Das ist die Wirbel. Dafür den Kill gekriegt. Genau, ich schieß auf mich, statt auf die Ash. Die Ash ist ja nur lukrativer. Ach, ich brauch noch einen Hit auf die? Dann sind die so tot. Nein! Hahaha. Hahaha. Egal, die werden sniped irgendwann. Sonst habt ihr zwei Lowlife gemacht. Hahaha. Bäm! Mh, den mag ich. Oh ja, hat sich schönes nähern lassen. Hahaha. Der Jep war ja mal failen. Was war zur Welt war das denn? Der wollte mich holen. So. Womit dann? Mach doch eh nicht genügend schön. Boah, dat, dat miese Combo. Komm, ich mach den Tower down. Hahaha. Hahaha. Holy shit. Alter, der Blindshot von Timo tut so krass weh. Ja. Ich krieg 700 Schaden durch den Blindshot. Echt? Ja, dann solltest du dir echt Magi was kaufen. Ich bin schon. Ich bin schon am Spiegele. Ich bin schon am Spiegele. Ich will mal rein suchen. Ich bin schon am Spiegele. Ach, ging sie ... Ach, Wingser. Ach, Wingser. Oah, hast du die Ash gesehen? Da, hier. Ja. Aua. Hat mich wirklich gelohnt. Na gut, ich hab Mana wieder gekriegt. Alter, setz deine Pilze woanders hin. Warum feed ich eigentlich grad? Das ist ja bös. Oh ja. Ha! Triple kill! Hahaha. Und gleich war fast Full Mana. Also Hälfte Mana hab ich wiederbekommen. Haha, 36% Hahaha. Ich fühle mich nur noch wie ein Turmgut. Ich kann nichts mit den Chams anfangen hier. Ich bin hier der Chams mit der niedrigsten Reichweite, glaube ich. Abgesehen von Irelia. Ich. Ja, ich habe mich beeilt. Du bist so eine Sau. Ich bin jetzt ein Läsergeist. Boah, noch mehr Lägen, Alter. Ahaha, der Timo. Oh mein Gott. Nein, mein E geht nicht los. Shit. Bam. Morelos. So, jetzt habe ich 200 AP mehr. Nehmen wir 150 AP mehr. Ahaha. Ey, Jonah, 3-0. Ja. Wird es langsam mal sterben? Nein. Ich muss uns die Golden ausgeben. Ah, ist noch zu wenig. Erstmal 20.000 Loons. Ah. Dann sind wir noch nicht voll equipped. Ja, okay, du wirst sowieso. Oh, du hast so ein Glück, dass die echt so nett ist. Ich hätte auch noch mal eine Ulti gehabt. Ich hätte dich alles gerade verrecken lassen. Glaub mir, das willst du nicht sagen, wenn ich noch meine Ulti gerade ready hab. Doch. Könnte dir das Leben retten. Einmal die Wangen klatschen. Oh, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich aus Versehen mein Weh eh zu langsam gemacht. Ich finde es langsam echt scheiße, dass ich wieder Main-Focus bin. Ja, was hast du erwartet? Ich will Heime-Dinger haben. Ich stehe einfach an der Seite, stell ein paar Türmchen auf und schieß mit Raketen um mich herum. Der gemütlichste Champ-Ever. Jace ist mir viel zu kompatibel. Solche Situationen. Das macht ihn halt aus. Wie er die halt nochmals da fügt. Kannst doch schnell wegbleiben, du dumme Putze. Los, Tauze hat jemand! Wie wär's, brauchst du Schnell-Volti? Nö. Grad nicht. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich bin noch ziemlich High-Life. High-Life. Aha. Ja. Fiddle-Life übrig ist High-Life bei dir, gut zu müssen. Aber hallo mehr! Wie gesagt, aber du überstehe ich noch Weltkriege. Ne, Leutkriege hat's gesagt. BAM! Verdammt! Verdammt! Leider, genau nach dem Schiss. Der hat nicht mal... doch, der hat Boots. Die Pilze kaputt. Ja, jetzt hat er alle Pilze hier in die Ecke geknallt. Ich bin so schlecht. Hi Timo. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Machen Abgang. Für dich nehme ich die Ecke. Dankeschön. Ey, du bist so nett. Ja, Alter. Kannst du das? Nein, nein, nein. Ey, komm schon. Immer im Main-Fokus drinnen. Ja, ohne Nachricht. Weißt du, anstatt die schöne Lux zu töten? Nein, wir killen über die anderen! Was heißt der schöne Lux? Ähm... 12-2. 13-2. Schließ den OP-Champ. Was soll ich machen? Den Fokus auf dich, Leut. Ja, oder sowas. Hahaha! Ich habe OP. Nö, nö. Nö, gar nicht. Wir kamen drauf. Auf wen wird der Fokus gedenkt auf Ash? Nicht auf Lux, die sich auch nicht irgendwie wieder hochhellen könnte. Nein, auf Ash! Vor allem weil die, äh, vor allem weil Lux weniger live oder so hat, ne? Nö. Wow! Diese Pelze. Wie gesagt, die Pelze tun weh. Und wie, ey? Vielleicht finde ich hier noch einen. Schade. Nur um dich mit in den Tod zu ziehen, will ich in so einen rein rennen. Ich sterbe nicht so schnell. Hoff ich mal. Was ich echt gemacht, ist... Ihr seid solche... Ihr seid echt zu weit. Migi sagt, ich nehm keinen und liebe dich. Ich weiß, dass du mich magst. Uah, und die Jenner. Kill Jenner. Kill Jenner. Du bist so am Arsch. Ja. Ich wollte schon in den Chat schreiben, kill Jenner. Aber die haben sie verstanden. Immer diese Ego ist die. Ja, echt. Ey, weiter weg. Die machen unsere Power kaputt. Dann gibt es Ärger. Da machen die richtig Ärger. Weil die Probe ist. Wenn die Reihen kommen, würde ich helfen. Ja, schieß doch die O-Ti. Ja, hast ja viele Minuten erwischt. Reif noch ran! Ne, wir mögen nicht. Kannste ja so ruhig selber machen. Dein Fokus. Bam! Komm ich nah genug ran? Ne, Pilz. Wie der sich freut. Das gleiche wolltest du auch machen. Ja, wie so'n Schnitzel, wenn's Pilz freust dich, ne? Oh, danke schön. Danke schön. Und direkt Tower Aqua als erstes kommt. Warum rieche ich schon wieder, dass ich tot bin? Weil ich ne Ulti gefressen hab. 6-9 mit Wayne? Okay, das ist wirklich... Ja. 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 Ja.